Willkommen zu einer neuen Runde Skywars Einfach mal entspannt auf dem GOMMES Server Runde Skywars Mit dem Kid Pyro heute Ich bin so lost im Looten geworden, ne? Aber meine Cripp ist nice Das muss ich mir einfach mal so ganz kurz lassen By the way, in der Theorie sollten jetzt auch Ingame-Sounds da sein Aber keine Ahnung, ob es wirklich so ist Ich höre sie nicht Na gut, wurde doch noch ein einigermaßen ernebenbarer Stuff, ne? Das war jetzt ein schlauer Move Ich werde angerufen, danke Es wirkt mich jetzt aber gerade echt nicht Ich hoffe, dass man das in der Aufnahme nicht hört Komm Wie ist die? Hi, hi Alter, was ist denn das jetzt für ein Lobob hier? Ich weiß echt nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist Und ich werde wieder anrufen, danke Was macht der Typ? Ey, der ist doch retardet Genau deswegen bin ich damals Minecraft gequittet Der fickt sich gerade selber weg Ey, meine Fresse Ich hätte mich niemals auf diesen Fight einlassen sollen, ne? Ich verstehe nicht, was das wird, wenn es fertig ist am Ende Der weitet hier nur das Wasser aus Und er kriegt kein Knockback Das finde ich nice Und er macht Anders Und er macht Und er macht Hits Wow Also wenn ich jetzt wirklich verrecke Weil dieser Typ ein kleiner Hurensohn Ne, ich kriege den So, neue Runde Und nächstes Mal lasse ich mich nicht auf so einen kleinen Hurensohn an Ich habe mal wieder das Obergeile Equipment Let's da go Wow Ich bin los Uh, hier war noch niemand Das finde ich doch schon nett Und ich habe Ganzkörper Sonnenbrand Wollte ich ganz kurz angemerkt haben Ne, ne? Ja, ja, ja Da denkst aber auch nur du Dass ich mich darauf einlasse Furchtbar Letzte Runde Finde ich jetzt schon an Weil ich schon wieder komplett tilt bin Wegen dieser Scheiße hier Aber Die Runde 16 Leute Ne, wird definitiv Bestimmt nicht gewonnen Und Jogging verstehe aber auch nicht Was so diese ganzen Schwitzer haben Dass die über Schwitzen Dass es keinen Spaß mehr macht Aber ich sollte vielleicht mal wirklich kurz Mir ein bisschen Lesserlose Equipment machen Ja, hier war ich schon Wow Ah Ich von mir das Holz So, dass ich mir ein Crafting Table machen kann Gut, dass ich noch gar kein Holz im Inventar habe Gibt's hier nicht Irgendwo noch einen versteckten Wir Wir werden es jetzt mal rausfinden Alles klar Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Equip komplett für den Arsch ist Aber meine Equip ist komplett für den Arsch Alles klar Ich spring auch erst mal Schade Ich hab gehofft Ich kann ihn überraschen Kann ich ihn Please, kann ich ihn noch Halleluja Nice 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 Warte mal ganz kurz Ich hab das hier gerade gewonnen Ohne auch nur eine Brust zu haben Nice Geil Die Sounds sind Doch nicht verpackt Und tschüssi Guten Flug Der Typ ist in der Mitte Und ist ein Fulldie Was lernen wir daraus? Wir sollten jetzt noch ein bisschen was farmen gehen Warum kriege ich hier keine Seeds raus? Das ist ein Scam Ich wollte neu anpflanzen Wir nehmen uns hier ja nicht ohne was zurückzugeben Das wäre Diebstahl Komm John Cena Und ich muss da mal ganz dringend los Ich glaub, hätte er sich aber so weitergebaut, hätte es funktioniert Oh mein Gott Ich bin so lost Das ist die Sonne Leute, die Sonne ist es schuld Die scheint viel zu viel Dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass ihr nicht so viel scheinen soll Zum Beispiel Wenn ich jetzt hier den Diablock snaggen kann Den ganz schnell Room Gut Viel schöner Komm, bitte mach ich das Die Aufnahme geht schon wieder acht Stunden Alter Der Typ muss so fulltelt sein Junge, aber der Typ stackt sich auch immer Ne, hier oben zu kämpfen ist dumm Sag mal, ich würd's feiern, wenn der jetzt droppt Und ich ihn jetzt richtig schön backsteppen kann GG Die Runde wurde präsentiert von Fistus Hartus Dann, würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich unheimlich über einen netten Kommentar Einen netten Like freuen Bis denn Ciao